Wenn der Krieg die Welt im Griff hat, ist selbst der Himmel nicht mehr sicher. Beweise Dich in über 100 kooperativen Missionen. Kämpfe gegen hunderte Spieler um den Himmel Europas. Verdiene Dir neue Flugzeuge. Verbessere Deine Maschine. Und werde der berüchtigste Pilot des Zweiten Weltkriegs. Heroes in the Sky. Kostenlos herunterladen und spielen.